Hallo Afrobs, willkommen in Norddeutschland-Studio von Blubix. Ich bin der Micha und das ist der Marco und der hat mich hierher gezerrt, weil er mir was zeigen wollte. Und ich bin ein bisschen ängstlich. Also wenn ich hier irgendwie eingeschüchtert sitze, es ist wegen den Dingen hier, die hier stehen. Nicht wegen mir, vor mir hat er keine Angst. Ja, ich wollte euch noch den letzten Dino vorstellen und ich wollte dem Micha mal unsere Dinos zeigen. Ich kenne sie nur so. Ja, da hinten stehen sie jetzt gerade nicht, da steht gerade der Karton. Der Pterosauria müsste eigentlich Pterosaurus heißen. Na gut. Eigentlich müsste es Pteranodon heißen, aber das ist nochmal was anderes. Also ein schöner Karton. Ich kann dir mit dem Ausdruck nicht helfen, weil ich habe null Plan. Das ist auch schon gleich. Also wenn ihr jetzt weiterguckt, ihr werdet merken, der Micha ist wieder sowas von planlos. Aber ihr seid es gewohnt. Planlos, nicht pannlos. Also hier habe ich schon mal einen riesen, einen riesen, hier in den Kreisen sage ich mal, Flugviech. Das sind, ich habe es gerade gemessen, eben nochmal, das war 92 Zentimeter. 92 Zentimeter Flügelspannweite. Jawohl. Ein wunderschön bedrucktes, ja, Flügelhaut. Eine wunderschön bedruckte Flügelhaut. Das wird Bartosch mal noch von oben filmen, damit ihr es schön seht. Flügelhaut, so knusprig, braun. Ein wunderschönes Set. Laut dem Schild ist es ein Triceratops. Das ist nicht ganz richtig. Also die Daten hier unten stimmen, wenn es ein Pteranodon ist und das Bild stimmt. Das Triceratops ist falsch. Da haben sich die Chinesen einen kleinen Fehler oder einen Scherz erlaubt. Je nachdem, wie man es nimmt. Da müsste eigentlich was anderes stehen. Du wirfst hier mit Ausdruck um dich. Auf der Packung und hier ist es richtig, aber auf dem Print haben sie halt. Okay, aber das sind alles Print. Du hast hier keine Sticker benutzt. Keine Sticker, alles bedruckt. Jawohl. Also die Augen und so. Die Augen sind Prints. Das hier oben, diese Teile hier sind ein Print, wo man draufdrücken kann. Dann brüllt er dreimal. Jetzt wird es für mich noch unheimlicher. Die brüllen alle, die brüllen auch alle den gleichen Ton. Das ist fünfmal das gleiche Ding, das da drin steckt. Meinst du, wir können den Hämmer alle drücken? Wir können nachher. Das können wir nachher mal drücken, ja. Also hier ist das drin. Was kann der, bewegt der sich irgendwas? Der kann sich, der hat diverse Gelenke, dass man den so ein bisschen bewegen kann. Hier sind auch so Kugelgelenke. Man könnte jetzt die Art und Weise, wie die Flügel ausgerichtet sind. Hier sind auch so Knickgelenke. Man könnte das ein bisschen ändern. Man muss es aber auf beiden Seiten gleich machen, weil der ja nur auf diesen drei Technikstangen steht. Der ist im Gleichgewicht, so wie er ist. Man kann hier und hier und hier ein bisschen was ändern. Man kann den Schnabel so ein bisschen weiter zumachen, kann den Kopf so ein bisschen. Der könnte auch gerade so nach unten stoßen, um irgendwie Fische aus dem Meer zu holen oder so. Man weiß ja nicht genau, was die gefressen haben. Die haben alle diese großen Kugelgelenke. Die haben so ganz große wie hier und so kleinere. Das sind so diese ganz riesengroßen Technikdinge, die man hier auch so sieht. So klack, klack. Die sind sehr, sehr stabil. Je nachdem, wo an dem Hals und an den Schwänzen der Dinosaurier das ist. Hier hinten, das ist ein Kurzschwanzflugsaurier. Laut Wikipedia. Tatsächlich, das ist so ein kleines Stümmelchen. Also die Zeit, in der es Dinosaurier gab, waren ja mehrere hundert Millionen Jahre. Und die ältesten Dinos am Anfang der Dinosaurierzeit, die hatten lange Schwänze. Die waren die Langschwanzflugsaurier. Keine Witze jetzt. Und das entwickelte sich dann halt zurück. Und das hier, das hat sowas wie der, hat vielleicht tatsächlich den Meteorit noch kaum sehen am Ende der Dinosaurierzeit. Das ist einer von den modernsten. Ja, ja, ich weiß, du hast... Du findest das alles... Nee, das ist ein Kurzschwanz, ich weiß gar nicht. Nein, gar nicht. Nur, dass es jetzt auch noch zurückentwickelt mit den Jahren. Naja, die sind größer geworden und sie haben sich optimiert. Diese langen Schwänze haben sie halt beim Fliegen nicht mehr gebraucht. Das ist aber gut. Das ist aber gut. Also. Ah, mein Gott. Nee, ich hab nur gerade gedacht, tolle Stände. Deswegen ist das Ding haltbar. Ja, also ich würde mit dem Dino nicht so durch die Wohnung swuschen. Irgendwann fallen die Flügel ab. Ja. Es ist ein schönes Displaymodell und es steht und es ist gut. Ich würde es auch beim Rumtragen, ich würde es vom Ständer runternehmen zum Rumtragen. Das sind alles Displaymodelle, also damit willst du nicht wirklich spielen. Richtig. Aber das Ding ist ja, das ist grandios. Was halt wirklich toll ist... Ja, zeig mal. Oh, hier ist meine Anleitung nass geworden. Ich lass mal fliegen. Das zeige ich hier nochmal. Das ist dieser Flügel, das ist ein Teil. Das geht von hier bis hier. Das ist ein Kunststoff, ein Stoffelement, ein Stoffelement, das hier so eingesetzt wird. Das hat hier in der Mitte ein Loch und dann wird das drauf gebaut. Das wird also hier quasi festgeklemmt und steckt dann hier drin. Also das geht hier hinten so rum, das sieht man auch hier hinten und hier vorne geht es auch rum. Also das ist ein großes, schönes Produkt. Wie war das mit dem Bauern bei dem Ding? Hast du da eigentlich... Das sieht mir jetzt nicht so einfach aus, wenn ich ehrlich bin. Also nicht so... Ist es aber eigentlich. Also es sieht, bis der Kopf dran ist, sieht es wirklich aus wie ein gerupftes Hähnchen. Ja. Die Flügel kommen zum Schluss. Das sind vier oder fünf Bauschritte. Oh, diese Plangenese hier, das Gummihuhn. Ja, ja. Es sind halt mehrere Bauschritte. Du baust das linke Bein, du baust das rechte Bein, du baust den Rumpf. Das ist alles total einfach. Es ist auch spiegelsymmetrisch. Links ist wie rechts und so. Ist kein Problem. Und zum Schluss baust du diese langen Flügelelemente. Die Stoffflügel, die werden hier auf solche Haken draufgesetzt und dann wird das von oben noch fixiert, dass sie nicht mehr raus können. Und dann richtest du die Flügel einmal aus und bumms, sieht er plötzlich viel größer aus, weil diese gigantischen Flügel dran sind. Marco, eine Frage. Du hast hier hier Gelenke dran und der fliegt ja so. Das heißt also, die Füße sind jetzt da hinten umgedreht. Kann der auch... Könnte der... Hast du probiert stehen? Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Dazu müsste man die Flügel irgendwie anklappen und dann gehen die auch so über ihre Hände. Wenn wir mit dem Video zum Ende kommen, werde ich das probieren. Er wird sich nicht freuen, aber ich werde es probieren. Was übrigens auch spannend ist, das hier. Ja. Das sind ihre Ringfinger. Was? Wo? Das hier sind ihre Ringfinger. Also die haben vier Finger. Eins, zwei, drei und der vierte Finger, der ist total verlängert. Der ist der äußere Teil der Flügel. Also Oberarm, Unterarm, das hier ist schon der Handknochen. Finger und das ist der vierte Finger. Finde ich spannend. So vom einfachen Ringfinger, das ist einfach das Gelett her. So ist das bei denen so. Stell dir vor, du hast den Finger, der hier irgendwie noch... So ein bisschen wie bei den Fledermäusen oder so. Ja, da haben wir ein Problem mit den Handschuhen. Das ist blöd. Ja, ich finde den nett. Er hat weniger Teile als die andere. Er hat nur 1328. Aber diesen gigantischen Flügel. Er ist doch irgendwie der Größte. Haben wir hier alle? Wir haben hier alle fünf. Ich weiß nicht, ob man fünf. Keine sechs, fünf. Fünf. Es kommt noch einer, aber es kommt noch so ein toller Mosasaurus als Ankündigung. Aber ich glaube, der ist von Panlos, der ist nicht von Forage. Also ein Meeressaurier, der sieht auch toll aus. Passt hier dazu, ist aber nicht die gleiche Serie. Es kommt zu der Serie aber auch noch was. Das sind so kleine Dinosaurier, die aus dem Ei gerade schlüpfen. Die sehen total knuffig aus. Können wir auch mal einblenden. Auch von Forage, ohne Soundmodul. So kleine, süße Dinos aus dem Ei. Cool. Also die könnten ja vielleicht als Kinder dazu passen. Die könnten, ja, ja, genau, genau. Also ich finde das schon sehr abgefahren. Das ist nicht mein Genre hier und ich kann euch auch keinen von den Viecher mit Namen nennen. Ich würde die selbst benennen irgendwie mit, keine Ahnung, hier Gabi, Herbert und sonst was. Aber die sehen schon, sie sehen einfach cool aus für Dinosaurier, muss ich sagen. Also das ist, mach die mal zur Seite. Ich würde gerne nochmal kurz, weil ich habe sie noch nicht gesehen. Ich würde die auch gerne noch ein bisschen näher. Wenn wir die Zeit noch haben. Ja, wir haben die Zeit. Bevor ich den zum Sitzen bringe. Oh je. Also, das hier ist ein... Triceratops. Da stimmt das Schild jetzt tatsächlich. Drei, drei Hörner im Gesicht quasi mit diesem, das ist ein ganz bekannter mit diesem großen... Ja, das ist ja, wir haben ja hier Langhals, Schafzahn und Breitmaul, nee. Keine Ahnung, ich weiß welchen Film du meinst, aber dass ich den gesehen habe, ist tatsächlich lange her. Man hat mir bei der Tochter geguckt, aber das ist jetzt schon, aber schon 20 Jahre her. Ich glaube, Breitmaul? Ich habe übrigens in einem Kommentar gelesen, dass das nur bei mir so wackelig ist, bei anderen nicht. Vielleicht habe ich mich da einfach verbaut, aber er steht, er steht sehr stabil. Was sonst? Ja, das kann natürlich schon mal passieren. Auch der kann brüllen. Du kennst dich jetzt mit den Viechern aus hier. Wie nah denkst du denn, sind die so an dem? Das kommt schon gut hin. Also, diese Dinger hier, die sieht man jetzt an den Knochenfunden nicht, aber solche Sachen wie so Fingernägel, die sind ja oft auch nicht mit dem Knochen verbunden. Man weiß es nicht, das ist künstlerische Freiheit. Aber ja, die sind schon so, wie man denkt, wie sie wirklich mal aussehen haben. Also, das ist schon sehr... Genau. Sie sind nicht alle im gleichen Maßstab, das muss man dazu sagen. Sie sind alle grob gleich groß, aber der hier wiegt eigentlich eine halbe Tonne, während der hier irgendwie zehn Tonnen, zwölf Tonnen wiegt. Er hat ja auch ein Panthe in den Großen. Bei ihm habe ich jetzt mal diese seitlichen Kämme, die hier noch dran sind, weggelassen. Dann steht er besser und ist auch näher am Original. Das ist so künstlerische Freiheit auch, dass die so... Das ist ganz böse. Oder? Das ist ein Raubsaurier gewesen. Aber auch einer, der so am Anfang der Dino-Zeit war. Die beiden sind sich nie begegnet. Nein? Nee, nee, der war versteinert, fossil, lange bevor der kam. 100 Millionen Jahre älter, sieht gar nicht so aus. Aber ja, der ist... Okay, also die, das weißt du. Das weiß ich. Also die zwei. Das habe ich nachgelesen. Die beiden kennen sich nicht. Kennt sich irgendjemand hier? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wann dieser Brachiosaurus auf der Erde rumgelaufen ist. Das ist übrigens mein Lieblingssaurier von denen, die hier rumstehen. Der ist schon auch wirklich beeindruckend, ne? Finde ich toll. Also finde ich toll. Und das ist ein Vegetarier. Das ist ein Vegetarier. Das weiß ich. Das ist ein Vegetarier, der kam hoch an die Bäume und so. Das ist ein Vegetarier. Jawohl. Fein. Brav. Ein wirklich schicker Kerl. Ich mag auch die Farbe hier. Das ist so olivgrün mit dem Dark Ten. Das ist eine schöne Kombination. Ja, der steht jetzt hier so vor sich hin. Also das ist... Der steht auch stabil. Das ist okay. Grandios. Schicker Kerl. Und der hier, der ist niemandem begegnet. Den gab's so nicht. Das ist so ein Fantasie-Raubsaurier. Aber er sieht natürlich schick aus. Ich meine so mit dem Blau auch. Den gab's nicht wegen der Form oder... Den gab's... Ich meine die Farbe kommt mir schon komisch vor. So, aber die Form auch nicht. Ja, der sieht einem Tyrannosaurus Rex nicht unähnlich. Ja. Hier macht sich gerade mein Fuß. Warum haben wir denn keinen Tyrannosaurus Rex? Diesen, also diesen, den, den Dino, oder? Der Dino schlechthin. Tja. Gut. Wobei, wir haben doch irgend sowas. Wir haben auch. Ja, wir haben sowas aber auch von anderen Marken. Wir haben sowas auch von anderen Marken. Von Forage haben wir keine T-Rex. Das hier ist, der hat ein bisschen was von so einem Godzilla-Kopf. Ja, ja, ja. Oder? Stimmt. Könnte man auch, ja, ja. Gerade so der Roland Emmerich Godzilla, der sah auch so ein bisschen in Richtung Dinosaurier aus. So der noch modernere und der ältere Godzilla. Er ist eher so der aufrechtgehende Ich-bin-ein-Mensch im Kostüm. Aber der von Roland Emmerich aus den 90ern, der lief eher so, wie man sich damals einen T-Rex vorgestellt hat. Nur größer. Tolle Füße, der hier. Ja. Also die Gestaltung der Zehen. Sagt man das? Klauen. Krallen. Ja, ja. Finde ich ist eine tolle Sache. Jawohl. Haben wir jetzt eigentlich irgendwas einfach so übergangen, weil ich mir den weggeschoben habe? Ja, vielleicht ist die Setcard könnte man noch. Das ist doch eine Idee. Das ist eine Idee. Machen wir die Setcard noch. Ja. Die Setcard. Der Pterosaurus mit Sound von Forage. 1328 Teile. Kostet genau wie die anderen 59, 95. Hat ein paar weniger Teile. Dafür diesen großen Stoff. Diese großen Stoffflügel. Und war im EK halt genauso teuer wie die anderen. Also kostet auch so viel wie die anderen. 65 Zentimeter ist er lang, 92 Zentimeter ist er breit und 28 Zentimeter ist er, war er bis eben noch hoch. Ich bin ganz vorsichtig. Ja, ja. Du bist ganz vorsichtig. Ist mir klar? Also das Gelenk kannst du schon mal sehr gut. Und wenn du jetzt das Füßchen hier hoch machst, gut, dann hüpft mir erstmal eine Kralle weg. Aber wenn der dann das andere Füßchen auch noch. Ja. Das sieht eher aus, wenn er sich jetzt hin, dann sitzt er. Ja, ja. Und jetzt müsste man die... Dann würde er sitzen. Das macht ja keinen Sinn. Das sieht ja aus, als ob er mal die Toilette müsste. Man müsste die Arme jetzt irgendwie noch, puh, so einklappen irgendwie so. Und... Mir geht es nur darum, wenn ihr zu Hause keine 90 Zentimeter in der Breite Platz habt, gibt es doch... Was machst du da eigentlich? So wie der laufen würde auf seinen Händen. Dafür müsste man das halt entsprechend... Es kann schon sein, dass das irgendwie geht. Ihr wisst, Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt es mehr. Und viel Spaß beim Bauen. Und danke fürs Zuschauen. Weil das wollte ich, glaube ich, nicht mehr sehen. Ich will das auch nicht sehen, Micha. Das fernste Antiquelerei. Aber pass mal. Der kann doch, wenn nicht sitzen, vielleicht... Haben die gebrütet? Ja, schon. Die haben alle Eier gelegt. Dann kann der doch vielleicht eine Brütstellung einnehmen. Eine Brütstellung, genau. Brutstellung. Eine Brütstellung. Er versank in dumpfen Brüten. Ja. Jetzt hat er sich was gebrochen. Ja, aber es geht vielleicht. Also... Ihr seht, man kann es machen, man sollte es. Nur vielleicht nicht. Aber so passt er in jedes Regal. So passt er. Kann man einfach die Teile in den Tüten lassen. Dann passt er auch immer hin. Also jetzt habe ich auch weniger Angst davor. Ja, jetzt hast du ja. Ich habe jetzt Angst um das Ding. So, jetzt muss ich weiterarbeiten. Du musst ja genau. Du musst weiterarbeiten und ich baue jetzt mein Dino wieder zusammen. Also. Tschüss.